Damit sich das LoadRunner System optimal auf die zu transportierenden Pakete einstellen kann, muss es Informationen über Größe und Gewicht erhalten. Dazu kommen Präzisionswagen und Sensoren zum Einsatz. Durch die transferierten Daten entscheidet das fahrerlose LoadRunner System völlig automatisch, ob ein Paket zu groß oder zu schwer ist, um von nur einem LoadRunner transportiert zu werden. In einem solchen Fall agieren zwei oder mehrere LoadRunner im Verbund miteinander, um einen sicheren Transport zu gewährleisten. Der Einsatz moderner Wagen ist noch relativ neu. Die Entstehung der sogenannten Konos-Wage, der ersten automatischen Waage, ist erst 140 Jahre her. Von diesem Zeitpunkt aus wurden Wagen immer spezifischer und genauer. Heutzutage sind Wagen nicht mehr aus dem privaten und industriellen Umfeld wegzudenken. Der Einsatz reicht dabei von Personen- oder Kraftfahrzeugwagen über Küchenwagen bis hin zu höchst genauen Industriewagen wie in unserem Fall. Doch die Ursprünge der Wagen reichen zu den alten Ägypter, die bereits die ersten Wagen entwickelten, um Gewichte zu bestimmen und zu vergleichen. Bei so einer Entwicklung und Vielfalt an Wagen gibt es doch bestimmt zahlreiche Möglichkeiten, wie man Wagen aus Papier konstruieren kann, sodass sie präzise funktionieren, wenn selbst die alten Ägypter schon in der Lage waren, Wagen zu bauen. Um ein Verständnis über Wagen zu erhalten, sollten sich unsere Projektteams dieser Aufgabe stellen. Will man Logistics geben, ja. Will man Logistics Quem Vielen Dank.